Sie werden das gefährlichste Land der Welt betreten. Kim Jong-Uns Volk glaubt alles, was er ihm erzählt. Sogar, dass er mit Delfinen sprechen kann oder dass er weder uriniert noch Stuhlgang hat. Wow, wow, wow. Sie meinen, der Kerl macht weder Pippi noch Kacka? Jeder muss Pippi und Kacka. Wo soll's denn sonst hin? Man würde explodieren. Aber das mit den Delfinen stimmt. Kim muss sterben. Das ist die amerikanische Art. Wie oft wollen die USA denn noch den gleichen Fehler machen? So oft wie eben nötig. Wollen wir zusammen Kim Jong-Un töten? So was von. Ich würde sehr gern Kim Jong-Un töten. K transparent! Untertitelung des ZDF, 2020